So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ähm, da lang? Nö. Ich denke mal, wir fahren mal in die Richtung. Das sieht doch gut aus da drin. Wow, 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 wow. Alter. Da ist die D.A., ja. So, hier lang mal fahren. Mal schauen. Aber von da sind wir doch gekommen, ne? Da vorne ist was. Da drüben, ein Schiff. Sag ich doch. Ja, werden wir wahrscheinlich andersrum hin müssen, ne? Ist das cool gemacht, Alter. Ich bin immer noch absolut begeistert von der Grafik, ey. Wow. Ah, nein. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten da vielleicht so drüber hopsen. Ist nicht. So, komm, lass mal hier gucken gehen. Ah, da hätten wir reinfahren können, ne? Wollte ich schon sagen, der fährt doch da, der Knetkopf. Marco! Marco, was? Die Rückkehrt ist Marco Polo. Ja, wir tauchen mal. Boah, cool. Guckt's euch an, wie geil das aussieht. Ich glaube, wir müssen mal Luft holen, ne? So, gleich noch mal runter. Wie geil das einfach aussieht. Wie geht's mal da rein? Ah, ich habe immer Angst, dass ich dann keine Luft mehr kriege. So, hier mal rein. Geht hier was? Leider gar nix. Ah, shit. Wir finden hier nix, oder? Oh, auftauchen. So, und nochmal. Da ist eine Schatztruhe, oder? Ne. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Vielleicht schwimmen wir mal zurück zum Boot. Und gucken mal, ob wir da irgendwie mit ihm reden können. Das ist ziemlich cool, was? Ja, ziemlich cool. Ja, aber was jetzt? Was jetzt? Müssen wir jetzt hier bei dem Boot bleiben, bei dem Schiff? Oder müssen wir noch woanders hin? Ich habe keinen Plan. Wow. Was geht denn hier zum Beispiel? Irgendwas Interessantes? Wir gehen mal gucken. Und eine Buddel volle Rum. Ne, hier gibt es anscheinend nix. Schade. Ein Schiff wird kommen. Aber wir müssen anscheinend doch was an dem Frack machen, ne? Ansonsten gibt es ja hier nicht viel. Wir fahren nochmal hin zum Schiff. Oh, ganz schön eng. Seichtes Gewässer. Hat ja keine Taucherausrüstung an Bord. Das ist doch nicht normal. Ah, es ist echt. Hm. Wo könnte es hier was geben? Hinweis. Begeben sie sich in die Höhle. Ah, sind wir doch falsch. Verdammt. Ich suche hier ein Boot rum. Braucht dann doch wieder den Hinweis, weil es der Kalle so nicht auf die Kette kriegt, ey. Brutal. So. Wir übergeben uns mal in die Höhle. Da hinten. Okay, in Ordnung. So. Geht's hier rein? Geht's hier in die Höhle? Ne. Da sind wir doch außen rum. Hier lang. Schauen wir mal, ob's hier weitergeht. Ah, 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 ah. Hier ist eine Höhle, oh. Ah, 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 ah da müssen wir hin wäre das noch interessanter wäre jetzt zu wissen wie man da hochkommt was liegt denn da unten was ist denn das oder ist es nur eine spiegelung ich will hier so alles erforschen das ist so geil so hier geht es auch nicht lang hier runter nö wir müssen ja quasi da hoch oder sehe ich das falsch da ist unser fahrzeug dank dir mein freund wo kommen wir da hoch wahrscheinlich auch vom boot aus kommen ein doch genau jetzt gehen wir aufs boot dann gehen wir hier aufs dach und gerne mal hier rüber. Ich bin ja ein Fuchs. Das ist schon cool. Da hat er gar nicht so unrecht. So. Okay, hier rum. Was hat er denn? Alles okay? Wo ist er denn, der Boy? Ah, da drüben. Er kommt. Sehr schön. So, kann ich mich jetzt hier fallen lassen? Sehr schön. Wer kann, der kann, der kann. Aha, noch eine Höhle. Ah, was war denn da? Ein Schatz. Ein Schatz. Ja, mal auf die richtige Taste drücken. Sie haben einen Schatz gefunden. So. Okay. Irgendwo muss es doch jetzt hier lang gehen. wo ist denn, wo ist denn jetzt wieder unser Freund hin? Ach, der ist da hoch, glaube ich, ne? Wir sollten halt auch den richtigen Weg einschlagen. Wir sollten halt auch den richtigen Weg einschlagen. rüberspringen. Wie ist denn der jetzt da rübergekommen? Vermutlich. Ja. Rüberspringen hilft. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was da drin so Sache ist. Oh, guck. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herum finden. Also, einmal neuen Eingang suchen. Schon wieder. Da waren wir doch vorhin schon, ne? Er läuft da so entspannt in die Richtung. Geht's da weiter? Ja, da kann man klettern. Dann tun wir dies doch. So, und rein in den Dschungel. Oh, das sieht mir aber alles so ein bisschen... Hey, Sam. Komm, hilf mir mal. Ja, klar. Und, hepp. Ja, ja. Komm durch. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Hier rum? Okay, okay. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Steht da drüben jemand? Und, nee. Wow. Krass. Die Treppe ist wohl kaputt. Oh, guck dich den Ausblick an. Hä, wo? Oh, ja. Wahnsinnig schön. Leute, da muss doch erstmal ein Screenshot her. Ist doch ganz klar, oder? Oh, ja. Oh, 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 oh. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Ja, oben bin ich. Wo rennt er denn jetzt hin? Wo macht er denn jetzt rum? Da ist was dran. Schönes Resümee gezogen. So. Ja, so kommen wir doch auch darüber. Kein Ding. Oh. Jetzt kommt er. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Ähm, ja. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Ja, die Kiste brauchen wir jetzt wohl. Obwohl, komm. Man weiß denn. Ja, obwohl, nee, wenn da vielleicht andere kommen. Sicher ist sicher. Komm. Gehen wir weiter. Mal die Taschenlampe an. Ein Kreuz. Noch ein Kreuz. Kann ich das schieben? Hm. Was ist denn mit ihm hier? Hofspringen können wir da auch mal nicht. Bei ihm auch nicht. Und das ist eine Sie. Hm. Hier könnte es noch weitergehen. Oder es ist nur ein Aussichtspunkt. Man weiß es nicht. Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. So, ja, genau. Geht mal. Ich muss jetzt erst mal ein Schlückchen Kaffee nehmen hier. So. Jetzt können wir. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Weiß kein Mensch, ne? Ah, hier kann man klettern. Hier könnten wir... Ah, hier sind wir hochgekommen, ne? Oder? Ne, kann nicht sein. Aber hier könnten wir uns runterlassen. Genau so. Ne, da sind wir runtergekommen, genau. Das heißt, wir müssen in die Richtung hier. Und hepp. Sehr gut. Okay. Wieder zurück. Okay, hier hoch. Ja, mal ordentlich hochgeklettert. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinüber geben. Hm, aber wie? Wie kommen wir da rüber? Schön. Ich kann hier auch nirgends springen, ne? Das bringt ja alles nichts. Oder vielleicht doch, aber dann... Ne, das ist so weit, das ist...